Hallöchen liebe Leute und willkommen zu Folge Nr. 30 von Minecraft Ja, ich habe das erstmal nicht gesagt, dass es ein Spiel ist. Willkommen zu einem Spiel. Ich nehme zu Minecraft. Musik geht richtig ab. Moment. So, erstmal anziehen. Sehr schön. Ähm. Erstmal muss ich jetzt was mampfen hier. Das sieht ja schlimm aus. Mein lahm Leben. Ich muss erstmal hier, e.k.a. mit so einem Schad, Holz holen. Denn wir müssen da drüben noch das Haus schön fertig bauen. Und ich kann nicht zoomen. Es kotzt mich an. Ich hoffe, es liegt wirklich an Optifine und nicht an meiner völlig inkompetenten Art und Weise, Sachen anzugehen. Und vor allem, ich bin gerade gegen einen Baum gelaufen. Oh, ich glaube, es hat gerade geleckt bei euch. Nu, warum Minecraft? Warum? Why your daughter's to me? I'm your friend. Ja, es leckt. Oh boy. Ich hoffe, bei euch hat es gerade nicht so geleckt wie bei mir. Aber ich glaube, es leckt gerade sich einfach allgemein den Arsch ab. Warum? Warum tust du das? Vor allem, dass es lustig ist. Einfach komplett die letzte Aufnahmesession, die jetzt teilweise schon online gegangen ist, ist einfach komplett lagfrei. Ich glaube, nur ein, also ein mini, 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 maler lag. Und hier, sofort lag des Todes. Ich sehe aber, die Sonne geht uner, deswegen gehen wir erstmal jetzt sleepen. Vielleicht beruhigt sich da Minecraft irgendwann mal. Das sieht ja schrecklich aus. Ich habe Angst. Warum machst du so viel Stress? Oh. Sleep! Guten Tag! Oh, ich bin wach! Ähm, habe ich irgendwas in dem Ofen drin? Oh, ja, wenn es fünf Stonies ist. Babau! Mehr wait. Jetzt ist es wieder gelaggt, ne? Was zum Henker ist gerade kaputt mit diesem Kacki-Kack-Kack-Game? Entschuldigung. Ich liebe Minecraft. Aber trotzdem, was ist kaputt mit dem Spiel? Was ist kaputt? Vor allem einfach, ich habe heute noch gar nichts... Doch, ich habe heute schon was aufgenommen. Aber ich habe heute noch gar nichts Schlimmes gemacht. Ich habe sogar so viele Sachen wieder geschlossen. Uuuuuh. I will cry. And I will fuck this game up. Das sind meine ganzen Saplings, ach da. Ich habe mich schon gewundert, ob die Saplings einen landen. Oh, Junge, 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 Junge. Das ist ja schriekig. Ich weiß gar nicht, wie lange ich jetzt, äh, wie viele Folgen ich jetzt aufnehmen möchte. Wahrscheinlich ein paar. Ich weiß, diese Angaben sind super toll. Ach ja, es ist, 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 äh, 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 äh ich mein kraft ich bitte dich nicht fahren dich nicht leck mich um das ist einfach Spaß haben und die leute entertainen dann lösch ich dich vom ganzen Planeten schlecht mein kopf bei jedem Spieler der existiert wird auch bei ungespielt und bei Zombey und bei Kronk und bei ne bei Mr. Moogame lass ich weil Mr. Moogame ist cool ich erinnere auch aber Mr. Moogame ist am coolsten weil Mr. Moogame Mr. Moogame ist der ist genauso dick wie ich genauso knuddelig äh nein tue ich nicht Mr. Moogame steht auf Chicken da habe ich keine Chance Chicken ist too awesome außerdem bin ich doch glücklich wie ein Fisch der grinst durchgehend ohhhh dieses Lied ist so smooth doopity doof doof ok das dauert doch erstmal ne das reicht niemals ich will noch mehr Mr. Moogame ist ein paar Thanks Hold up I want Mr. Moogame Mr. Moogame I want Mr. Moogame Mr. Moogame. I want him and a chicken drink Mr. Moogame, I want Mr. Moogame Gib mir deine Chicken-Liebe, was sing ich da für einen Scheiß, ich glaube ich ess erstmal Reis, denn Reis mit Chicken ist gesund und es schmeckt im Mund und es liegt auf dem Grund des Meeres. Warum bin ich eigentlich so dumm? Ich kling fast wie Heidi Klum, nur bin ich wesentlich weiblich und schöner als sie. Das ist wahr, niemand wird es glauben, wunderbar, ich brauch mich nicht trauen, zugestehen, dass ich diese Folge nicht hochladen will. Das ist mir echt leider, aber bei dem Lied kann man nicht mit singen. Ich werde da nicht mit singen. Oh Gott, so voll kann ich nicht hochladen. Oh boy. Oh boy. Oh boy. Das hat gerade Spaß gemacht. Oh. Mal schauen, wie das... Also es wäre sehr lustig, wenn Mr. Moore dieses Lied hören würde. Wo bin ich? Hier. Also wenn das jemand Mr. Moore schicken würde, ich würde es sehr, sehr feiern. Es wäre sehr schön. Ich meine, Mr. Moore ja wirklich gern. Der ist genauso pummelig und knuddelig wie ich. Und hat eine der abgefahrensten lustigen Stimmen auf ganz YouTube. Äh, was mache ich da eigentlich für eine Scheiße? Wo ist das? Oh Gott. Das blast. Und so haben wir das Problem auch gelöst. ach ja liebe leute wie lange habe ich denn noch ein bisschen ich weiß dieses video hat am ende so viele dislikes es wird das erste video mit massiven das läuft aber ich hatte spaß warum geht es mir dass ich spaß hatte falls es jemand von euch auch lustig fand ich glaube ich muss einfach so ein text schreiben gesangswarnung andere machen so hat von warnungen und was weiß ich für schriftlich damit gewarnt werden dass jemand schreit oder laut wird ich sein dass es gesungen wird richtig genau ok du 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 duu ouch das wollte ich nicht das war jetzt dumm ähm ich bin dann wieder komplett geheilt du in der warte zu haben war 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 ganz fix ganz fix ganz zu bleiben aber nächste folge da heißt es dann wieder wachst du vor allem und ja ich lass auf mich gleich wieder weiter spiele ich danke euch fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal wenn das erreicht nicht weil kein Gesang aber wieder Minecraft bis dahin tschüss und das aber das ist ein Traum nach oben wenn ihr Spaß hat wenn ja man kann es gerne mit dem Ort zeigen vielleicht findet er sehr lustig keine Ahnung wer weiß tschüss bye bye